Hallo Leute, heute sind wir wieder unterwegs. Und zwar wollen wir heute mal ein paar Feuersteine suchen. Hier hatte glaube ich schon jemand Hunger gehabt. Sieht zumindest so aus. So, dann werden wir jetzt erstmal weiter gucken, ob wir was finden. Hier haben wir schon einen Feuerstein gefunden. Oh, geht den mal auf. Hier haben wir auch einen Hasenbau. Kanickel oder Hase. Oh, noch ein Feuerstein. Okay. Okay. Sollte Super Zundermaterial hatte. Isi hat heute wieder ihre Hosenträger an. Easy. 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 ein paar schöne Stücke bei gut gemacht